Ja, wie geht man mit Ängsten beim Welpen um? Hier gibt es noch immer einen hartnäckigen Mythos, den ihr sicherlich auch schon gehört habt, nämlich man dürfe einen Welpen, der gerade Angst hat oder einen Hund, der gerade Angst hat, keine positive Zuwendung geben, also ihn nicht streicheln, ihn nicht kuscheln oder ihm kein Leckerchen geben, weil man dadurch die Angst verstärken würde. In diesem Video werden wir genauer besprechen, was es mit diesem Mythos auf sich hat und warum der so nicht stimmt. Also, bleib dran! Ja, willkommen beim Mehrteiler des Welpenkanals, nämlich der Videoreihe Mythen in der Hundeerziehung. Mit dieser Videoreihe möchte ich aufklären und aufzeigen, warum gewisse Glaubenssätze in der Hundeerziehung, auch wenn sie weit verbreitet sind, so einfach nicht stimmen. Und diese Woche ist das Thema Ängste verstärken dran. Also, wie schaut es aus? Womit können Ängste verstärkt werden? Und stimmt es, dass man Welpen, die Angst haben oder Hunde, die Angst haben, nicht streicheln darf oder ihnen keine Leckerchen geben darf? Um diese Frage zu klären, starte ich immer gerne mit einem Gedankenexperiment, bei der wir selber uns in eine Situation begeben, in der wir möglicherweise Angst haben. Stellt euch einfach vor, ihr seid mit einer Person unterwegs, die Angst vor Spinnen hat und ihr trefft auf eine Spinne und diese Person hat Angst in diesem Moment. Wenn ihr dieser Person die Hand haltet oder ihr eine Zigarette anbietet oder ein Stück Schokolade, dann kann das im schlimmsten Fall vielleicht dazu führen, dass sie sagt, nee, danke, ich habe gerade Angst vor der Spinne, ich habe gerade keinen Hunger oder nee, ich will nicht die Hand halten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sagt, Mensch, jetzt wollte mir der eine Schokolade geben oder mir die Hand halten, jetzt habe ich doch mehr Angst, das wird vermutlich nicht passieren. Also, ihr könnt schon aus der Menschenwelt, in der wir ja auch die Emotion Angst kennen, schon ein bisschen vorausschauen und euch vorstellen, dass das bei Welpen so auch nicht der Fall ist. Denn die Emotion Angst hat die Funktion, uns vor Gefahren zu schützen. Und wenn eine Situation gefährlich ist, dann muss der Körper auch dementsprechend agieren. Also, die Emotion Angst hat eine ganz, ganz wichtige Funktion im Laufe der Evolution gehabt, nämlich, dass der Hund überlebt und sich nicht in gefährliche Gefahrensituationen begibt. So, wenn euer Welpe aber Angst hat und ihm passiert etwas Angenehmes und was Positives aus seiner Sicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er sich denkt, Mensch, da passiert jetzt aber was Tolles, da habe ich jetzt noch mehr Angst. Also, ihr müsst an und für sich keine Sorgen euch machen, wenn euer Hund in eine unangenehme Situation kommt, dann dürft ihr positive Maßnahmen treffen, wenn sie euer Welpe angenehm empfindet. Also, beispielsweise, wenn euer Welpe Angst vor einer Situation hat und er will weggehen, dann lasst ihn bitte weggehen. Wenn euer Welpe zu euch kommen will und von euch gestreichelt werden will, dann lasst ihn bitte zu euch kommen und streichelt ihn selbstverständlich. Wenn euer Welpe euch signalisiert, er will bei euch auf den Arm, dann nehmt ihn bitte auf den Arm. Alles, was dem Welpen hilft und er sich besser fühlt, ist erlaubt. Ihr könnt auch gerne eurem Welpen versuchen, in so einer Situation Leckerchen zu geben oder eine Streichwursttube. Nicht selten hilft das sogar immens. Denn wenn der Welpe ein bisschen Angst hat und er bekommt eine ganz, ganz tolle Streichwursttube, dann kann das sogar dazu führen, dass er die Situation plötzlich positiver verknüpft und lernt, hey, das ist ja gar nicht so schlimm, die Situation. Ich kriege hier ja immer ganz, ganz tolle Leckerchen. Also, wenn der Welpe etwas positiv empfindet, dann ist das erlaubt, das zu machen. Und ihr seht, wie ich so stark auf die Subjektivität des Welpen Wert lege. Denn natürlich ist es wichtig, in der Situation zu sehen, was dem Welpen angenehm ist. Denn natürlich kann es sein, dass es dem Welpen nicht angenehm ist, gestreichelt zu werden oder von euch hochgehoben zu werden. Und dann solltet ihr das natürlich nicht machen, denn dadurch könnt ihr natürlich die Situation noch schlimmer machen. Denn wenn der Welpe sagt, ich mag eigentlich nicht hochgehoben werden und ich fühle mich eh schon schlecht und jetzt hebt mich dieser Mensch auch noch hoch und ich fühle mich da nicht wohl, dann kann natürlich die Angst dadurch schlimmer werden. Aber ganz, ganz wichtig, orientiert euch da stets an eurem Welpen und schaut, was eurem Welpen in dieser Situation hilft. Also, wir können sagen, diesen Mythos kann man klar entkräften. Man darf einem Welpen sehr wohl streicheln und ihm Futter geben oder sonstige Dinge, die dem Welpen angenehm sind, vorausgesetzt, der Welpe will das in dieser Situation. Was natürlich langfristig wichtig ist, ist, dass ihr an Angstsituationen arbeitet. Das heißt, langfristig bitte euren Welpen nicht so nah an die Situation ranführen, in denen euer Welpe schon Angst empfindet, sondern euren Welpen lieber aus der Situation führen und auf Distanz die Situation nochmal kennenlernen lassen und dann Schritt für Schritt annähern lassen. Das ist generell die sicherste Art und Weise, dem Welpen an verschiedenste Situationen heranzuführen. So, ich hoffe, ich konnte diesen Mythos diese Woche entkräftigen und euch helfen, falls ihr euch nicht sicher wart, ob ihr euren Welpen in solchen Situationen streicheln oder füttern dürft. Bitte, falls ihr wirklich Angstprobleme mit eurem Welpen habt, im Zweifelsfall lieber euch einen Trainer suchen, der euch da hilft, denn gerade Ängste beim Welpen sind ernst zu nehmen und sollten so schnell wie möglich gelöst werden. Nicht, dass euer Hund dann in weiterer Folge Verhaltensprobleme entwickelt. Also, für diese Woche sind wir fertig. Nächste Woche sind wir wieder bei einem Mythos, nämlich dem Mythos Dominanz und Alpha-Tiere. Dort werden wir besprechen, warum ihr nicht das Alpha-Tier sein müsst, warum ihr nicht euren Welpen dominieren müsst, um ein guter Hundebesitzer zu sein. Also, wenn euch das interessiert, schaut nächste Woche wieder rein und ich verabschiede mich wie immer mit viel Spaß beim Training mit eurem Welpen. und ich verabschiede mich wie immer mit viel Spaß beim Training mit eurem Welpen.